Bei der Belagerung von Jadouville hielt eine kleine Gruppe irischer Soldaten über mehrere Tage 3000 Angreifern stand. Die 155 Iren waren im September 1961 in Jadouville eingesetzt, um die örtliche Bevölkerung zu schützen. Niemand rechnete mit einem Angriff, doch der irische Kommandant bereitete seine Männer trotzdem auf alles vor. Am Morgen des 13. September rückten dann tatsächlich 3000 feindliche Milizen mit schweren Waffen, Artillerie und sogar Luftunterstützung an. Die unterlegenen Iren hatten eine viel leichtere Bewaffnung und nur begrenzte Munition und Verpflegung. Aufgrund der herausragenden Führung und guten Vorbereitung konnten sie den Fallen trotzdem immer wieder zurückschlagen. Nach ein paar Tagen funkten sie an das Hauptquartier, wie halten bis zur letzten Patrone stand, könnten etwas Whisky gebrauchen. Da jedoch keine Unterstützungstruppen bis zu den Iren vordringen konnten, mussten sie am vierten Tag kapitulieren. Die feindlichen Verluste betrugen 300 Gefallene und 1000 Verwundete. Die Iren hatten lediglich 5 Verwundete. In Irland wurde der Vorfall unter den Tisch gekehrt und die Soldaten für ihre Kapitulation verspottet. Erst 40 Jahre später erhielten sie die verdiente Anerkennung.